Ich falle tief in ein schwarzes Loch, dann sehe ich kauzige Kreaturen. Welche Art sind diese Kreaturen? Ein Kaninchen mit Westen und eine grinsende Katze. Grinsende Katze? Ich wusste gar nicht, dass Katzen glinsen können. Ich auch nicht. Und eine blaue Raupe ist da. Eine blaue Raupe? Du musst unser Reich retten, Alice. Denkst du, ich habe den Verstand verloren? Ich fürchte ja. Bist verrückt, hast eine Meise, bist nicht bei Sinn. Aber ich verrate dir etwas, Alice. Das macht ihm die besten aus. Majestät, Alice ist zurückgekehrt. Seit die Herzkönigin die Weiße entmachtet hat, verspricht die Zeit. Was? Die Alice? Findet sie? Lauf, Alice, lauf! was? 하나 Lauf, Alice, lauf! ... ... ... Vielen Dank.